Hallo zusammen, ich habe hier ein schönes Bürstner Wohnmobil und der hat eine Zusatzbatterie drin, eine 95 AH Batterie, ganz normaler Bleiblock und hier haben wir jetzt umgerüstet auf zwei Lithium Batterien, 100 Ampere und das zeige ich euch jetzt. Hier unter dieser Sitzbank direkt neben Eingang ist die Halterung drin für eine Batterie, optional sogar zwei und hier haben wir jetzt 200 Ampere Batterien, also AH Batterien, 12 Volt eingesetzt. Wir haben hinten die Sicherung, dann gehen wir vor auf diese Batterie, eine Brücke rüber auf diese Batterie, die Pluspole sind hier abgedeckt, mit zwei Spanggurten sind die Batterien befestigt und die Minusleitung, die geht auf diesen Pol und drüber auf diesem Pol. Ja, die Batterien kosten 900 Franken und jetzt als Aktion im Winter ist der Einbau gratis, das heißt kostenfrei als Goodwill obendrauf. Wenn ihr mit dem Wohnmobil vorbeischaut, wäre dieses Pack jetzt auch mit dem Kabel, die zwei Spanggurten, beides für 1800. Ja, das war's, das verlinke ich euch natürlich hier oben, ein Video über die zwei Batterien oder über die Batterie und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tag, 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 Tag.